Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Mein Führer, Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Klamm hält! Ja, Sie werden lange, dass es mir die Firmalde so genug behindert ist. Es hat mir jeden Tag nur fünf Punkte geführt. Widerstand! Ich habe es weggelegt! Ich habe es gut daran getan, um dann auch alle Lerinoffiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Aber es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, üben Sie sich, der Wald ist. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.